Der Scheinwerfer wurde nicht ausgeschaltet. Der sollte das Nachtsichtgerät stören. Ich soll mich in einen Lichtkegel stellen? Ich sagte, du würdest es nicht mögen. Denn dadurch blenden wir quasi den Feind, den Bösewicht, und er kann uns nicht erkennen mit seinem Nachtsichtgerät. So, jetzt brauchen wir richtiges Timing. Er ahnt, glaube ich, schon was. Oh Gott. Da ist die Trusse, die wir ansprechen müssen. So, jetzt renn, 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 renn. Das hat uns zwar entdeckt, aber wir sind außer seinem Winkel. Er kann uns jetzt nicht mehr abknallen. Hoff ich zumindest. So, jetzt den Steckmau sammeln. Bis er sich wieder beruhigt hat. La 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 la. Hat an, so dass wir nicht töten. Kommt jetzt, wenn er jetzt herkommt, ist immer im Arsch. Ich warte jetzt einfach, bis er sich beruhigt hat. Ach, gerade wieder ein neues Feature von, äh, Pandora Tomorrow. Wir können keine Medikids mehr mitnehmen. Wir müssen uns jetzt immer an der Heilstation heilen. Finde ich ein bisschen blöd, aber naja. Dafür können wir halt pfeifen und so. Das ist, ja. Eher ein Ausgleich der ganzen positiven Sachen. Jetzt beruhig dich doch. Ich weiß, du hast eigentlich einen Agenten erwischt und so. Und dein Ziel ist es jetzt, ja, den umzubringen und so. Aber, nein, so geht doch. Nein, neue Musik. Beruhig dich ja gar nicht. Oh, ich hab einen Agenten erwischt. Jetzt wird es wieder ein bisschen schwierig. Aber, es sollte zu schaffen sein. Was ist hinter dieser Tür? Nichts. Was ist hier oben? Höh! Verdammt! Hä, wie hat er denn hier? Wer hat er mich jetzt erwischt? Worauf schießt du? Ich glaube, den runter. Na los! Komm, zu Papi! Ab dich! Hä? Hm. Ich hasse dich. Und den Lack hasse ich auch. Das ist ja ein Fischer. Okay, jetzt weißt du es. Uhu! Warum kann ich es nicht laden, wenn ich down bin? Naja. Ich glaube, ich muss wieder eine Aufnahmepause machen, weil es jetzt so leckt gerade. Oh, ich glaube, wir lesen wieder ein paar Nachrichten. Wollen wir das? Ein bisschen lesen? Lesestündchen? Ja, ich mache ein paar Lesestündchen. Wobei, die sind immer so lange, ne? Ich will jetzt eigentlich nicht lesen. Äh, ich will nicht lesen. Allerdings will ich jetzt auch nicht Aufnahmepause machen. Muss mich entscheiden. Äh, ich glaube, ich spiele einfach weiter. Komm her! Na los! Snipey! Wo bist du, Snipey? Ich bin Snipey, das kleine Sniper-Dingens. Snipey, wo bist du? Da ist er nicht. Komisch. Der war doch vorhin da, wo wir nach oben gegangen sind. Snipey? Ich werde ganz böse, wenn du jetzt nicht herkommst. Snipey! Ignoriert mich. Was für ein blöder Snipey. Ich mag dich nicht mehr. Ich habe dich eigentlich noch nie gemacht. Lustig. Snipey? Snipey! Wo bist du? Da bist du. Na, was machst du denn da? Schiebst du hier Wache, was? Ah, es leckt! Ich hasse es. Und ihr hasst es auch. Na, Snipey, was machst du da? Kann ich dir zuschauen? So, ich wüsste was, ich mache jetzt hier wieder eine Aufnahmepause. Genau jetzt, mit diesem Typen in der Hand. Und, und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, ich bin wieder hier. Und mein Freund ist auch immer noch da. Also, mach erst mal ein Nickelchen. So, ich glaube, hier ist es dunkel genug für ihn. So, und jetzt sprechen wir mal mit der Tante da. Die ist nämlich hier drin. Genau da wartet sie auf uns. Okay, ähm, öffnen wir jetzt die Tür. Ich bin der König der Welt! Was ist das? Nicht so wichtig. Heiligchen, hast du zu sagen? Ne, Moment, mir fällt gerade ein. Hier müsste doch noch irgendwo ein Medikids sein, oder? Moment. Es sind ja gar keine Feinde mehr da, hier momentan. Das heißt, ah ja, hier ist es genau. So, vollständig heilen. Okay, jetzt haben wir wieder voll im Leben. Das ist gut. Das wird uns später helfen. Denn das Level geht noch gleich weiter. So, hier ein Save und quatschen. Ingrid? Sie müssen mein Blind Date sein. Ich hoffe, der Trick mit dem Licht hat geholfen. Hat er, danke. Gern geschehen. Ist allerdings nicht ganz der Job, für den ich eingestellt wurde. Ich bringe Licht ins Sprachengewirr. Dann habe ich Arbeit für Sie. Sehen Sie her. Nettes PDA. Hey, sparen Sie für das Fachmodell? Können Sie es lesen? Es handelt sich um Mambé. Nicht die Muttersprache des Verfassers. Aber gar nicht schlecht. Der Text nennt Koordinaten für einen Treffpunkt. 48 57 Nord, 03 08 Ost, 18 Uhr. Die einzige konkrete Ortsangabe ist Saunier. Das ist kein Mambé. Hier steht, dass Sie kurz davor sind, die Zutaten für das Springfield-Exempel zu bekommen. Das war's. Gezeichnet Mortified Penguin. Mortified Penguin? Mehr weiß ich auch nicht. Mehr weiß ich auch nicht. Aber es ist ein Anfang. Und wo wir schon dabei sind, vergessen Sie, was Sie gesehen, gehört und gesagt haben. Kommen Sie zurecht, wenn ich hier verschwinde? Würden Sie bleiben, wenn ich Nein sage? Nein. Gut gemacht, Fischer. Es besteht eine nette Verbindung zwischen den Koordinaten und Saunier. Beide passen zu einem Tieftemperatur-Technik-Labor in Paris. Gerade bekommen wir Nachricht von Delta. Sie schicken ihre Jungs rein. Das heißt, du bist von der Leine. Frohe Weihnachten, Fischer. Erschieß so viele Extremisten, wie du willst. Ein schneller Ausgang befindet sich unten am Fuß des Turms. Krohn wartet im Dorf auf dich. Die Osprey kann nicht im Dorf landen. Krohn fürchtet, ein zu gutes Ziel abzugeben. Schieß auf alle Scheinwerfer in der Stadt. Sie werden so tief wie möglich fliegen, um dich am Ende des Peers aufzunehmen. Jetzt dürfen wir töten. Ist das nicht schön? Auf das warte ich doch schon das ganze Level über. Oh Gott. Fast wäre ich da runtergesprungen. Naja, man muss sich hier wieder abseilen. So. Ah! Fuck! Naja, jetzt darf man killen. Das heißt, du bist mein erstes Todesabwinn in diesem LP. Fühl dich geehrt. Fühl dich geehrt! Verdammt! Okay, der ist nicht alarmiert. Das ist gut. So, was ist hier? Klettern wir da hoch mal? Oder klettern wir mal da hoch? Ich muss ja mal in Deutsch in mein NetSpace arbeiten. Das hält es mir noch ein bisschen schwierig. Naja. Schon seit eineinhalb Jahren. Ich glaube, die darf man besser nach. So. Ich bin noch jemand. Ich muss auf die Lichter aufpassen. Bitte! Runter! Still halten. Still halten. Und? Äh. Sorry, das ist ein glatter Headshot, oder? Scheiße, das hängt mir schon mal gut an. La 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 la. Na toll, schaut euch mal unser Leben an. Ist das nicht wunderbar? Ich glaube, ich gönne mir hier jetzt kein Safe. Oder doch? Mach ich. Wenn wir uns vor Safe-Saten, ist das mein Problem. Nicht eures. So, ist da noch jemand? Na, sieht gut aus. Da ist unser Abfall-Abfall-Euh-Dienst. Und hier ist ein Schlauchboot. Okay. Mission erfüllt! US-Botschaft in Dealey. Die von Douglas Shetlands Paltom erlangten Informationen enthüllten eine Verbindung zwischen einem feindlichen Agenten mit Decknamen Mortified Pinguin und den Sal... was? Sauliener Laboratorien einem Tieftemperatur-Technik-Unternehmen in Paris. Peace!